Die Feuerwehr Dreiskirchen lädt nach langer Abstinenz wieder zum alljährlichen Frühschoppen ein. Dieses Jahr sorgt die Band Wiener Wahnsinn mit Austropop und Rock für gute Stimmung. Auch wenn die Temperaturen vielleicht eher zu einem Besuch im Freibad einluden, schien doch nur eine Devise zu gelten. Raus mit den Attests für die 3G-Regel und ab zum Frühschoppen der Freiwilligen Feuerwehr Dreiskirchenstadt. Die Dusstrecke ist Gott sei Dank jetzt vorbei. Die Vorfreude war relativ sehr kurz, weil wir vor knapp zwölf Tagen entschieden haben, die Veranstaltung durchzuführen. Es wäre unser regulärer Feuerwehrfesttermin gewesen. Allerdings aufgrund der Covid-Auflagen haben wir uns entschieden, nur einen Frühschoppen zu veranstalten, weil es eine reine Freiluftveranstaltung ist. Und die Vorfreude war deswegen dann kurz, weil wir halt dann alle sehr viel zu tun gehabt haben in sehr kurzer Zeit. Der Eintritt war natürlich frei. Für Speis und Trank war gesorgt. Den Rest, um für gute Stimmung zu sorgen, erledigte der Wiener Wahnsinn. Oft ist das Kleinere das Intimere. Und da wohnen es mehr zu und das Große ist Asche. Also wir lieben Großveranstaltungen als auch Frühschoppen und Kleinveranstaltungen. Wir sind da nicht sehr schwierig, glaube ich. Ich gehe davon aus, es trudelt jetzt täglich hinein und alle wollen natürlich nachholen, egal ob es das Zeltfest in Niederösterreich ist oder das Feierwehrfest in Oberösterreich oder irgendwelche Sportplatzveranstaltungen. Also derzeit... Es ist schon fast zu früh. Fast jetzt schon wieder. Wir atmen alle auf. Es ist ungewohnt wieder, endlich wieder ein Fest gemeinsam, zwei Jahre und das brauchen wir auch wirklich. Wir haben es schon gehört vom Kommandanten, das ist ganz kurzfristig entschieden worden, dass dieses Fest hier stattfindet. Natürlich wegen den Regelungen etc. Aber ich glaube, man hat das sehr gut organisiert. Der Zuspruch ist da, wenn man sich die Besucherzahlen hier anschaut. Klar, die Leute sehnen sich, so wie ich mich sehe, nach Begegnungen wieder, nach Festeln, miteinander mal zusammensitzen. Das macht auch die Stadt aus. Und ich freue mich voll, dass die Dresdkirchner Feuerwehrstadt so diese mutige Entscheidung getroffen hat. Wenn man heute hierher kommt, was kann man hier so erleben, kulinarisch oder auch musikalisch? Ja, kulinarisch haben wir müssen aufgrund der Covid-Bestimmungen ein bisschen abspecken gegenüber von dem Programm, was man normalerweise von uns gewohnt ist. Wir haben vier Speisen bzw. natürlich Schankgetränke, aber wir müssen auf ein paar verzichten. Wir müssen auf Kaffee und Kuchen verzichten. Dafür spielt Wiener Wahnsinn. Und das ist eine Band aus der Donaustadt und die doch sehr bekannt ist da in unsere Umkreise. Und das freut uns sehr. Wir müssen auf Kaffee und Kaffee und Kaffee und Kaffee und Kaffee und Kaffee. Und das ist eine Band aus der Donaustadt und Kaffee und Kaffee und Kaffee und Kaffee.